Willkommen zum X-Tipp Spieltagstipp. Neben mir steht Matthias Stuhlmacher, ehemaliger Trainer von Meindorf und wir tippen heute die Oberliga Hamburg den zweiten Spieltag. Die Partie beginnt mit Dassendorf gegen Wedel am Freitag. Was tippst du da? Meister von der Oberliga letztes Jahr Tuss Dassendorf gegen Aufsteiger. Da sind die glaube ich die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Ich tippe mal auf ein 4-0 für Dassendorf. Hast du irgendeinen Torschützen, der dir vielleicht sofort ins Auge sticht? Der Müller zum Beispiel, ich glaube der kann das ganz gut. Dann geht's weiter mit Viktoria gegen Kurslack 9-Gamme. Ja, dritter der letzten Saison Viktoria gegen Kurslack, die sich letztes Jahr neu formiert haben, haben im Spielweg den Abgaben mit ihrem Torwart, der gewechselt hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich Kurslack mittlerweile ganz gut gefangen hat auch mit ihrer jungen Rasselbande dort. Zweites Spiel, man weiß vielleicht noch nicht so genau, wo man steht. Ich tippe mal auf ein 1-1. Okay, dann folgt die Partie Tuss-Ostdorf gegen FC Türke. Ja, Aufsteiger gegen meinen letzten alten Klub. Ich weiß, was der FC Türke hier kann. Haben zwar auch zwei Abgänge als Stammspieler mit dem Polmann und dem Sobcik. Haben aber jetzt glaube ich mittlerweile einen 28-Mann-Kader, der wirklich richtig gut besetzt ist. Die erste Elf aus dem letzten Jahr fand ich auch schon richtig, richtig gut. Ich würde auf ein 0-4 tippen. Okay, hast du auch da einen Torschützen im Kopf? Also wenn Umun Kocin nach wie vor dabei sein sollte, ist er gut für drei. Das weiß man. Sascha de la Cuesta ist hervorragend in Form, denke ich mal, wenn er wieder gesund ist. Ein Gina Aboleda Sanchez kann da wirklich auch dann für Tore sorgen. Also da sind einige, die sich dort in die Torschützenliste eintragen können. Da mache ich jetzt gar keinen Tipp abgeben. Dann kommen wir zu einem absoluten Topspiel. BU gegen Altona 93. Was tippst du da? BU hat sich auch gut verstärkt, auch mit einer Kraft aus Meindorf, mit dem Fabian Facklam. Altona 93, da rumort das glaube ich mal momentan. So ein bisschen hinter den Kulissen habe ich gehört. Das muss nicht unbedingt zuträglich für ein gutes Ergebnis sein. BU zu Hause immer schwierig zu spielen auf deren Kunstrasenplatz. Ich würde mal 2-1 für BU tippen. Nächste Partie Süderelbe gegen Concordia. Süderelbe hat sich, auch wenn sie viele Abgänge hatten, mit zwei Spielern, denke ich mal, auch durchaus verstärkt, die ich jetzt so persönlich auch gut kenne mit dem Sobczyk und dem Pullmann. Concordia allerdings, muss ich sagen, ist für mich auch so ein bisschen auf die oberen Plätze der Geheimfavorite in dieser Saison. Letztes Jahr schon sehr, sehr gut funktioniert. Spielen sehr schnell, sehr aggressiv. Für mich ein 3-1 für Concordia. Nächste Partie Kosovo gegen Condor. Wir haben mit dem FC Türki gegen Kosovo etliche Testspiele im letzten Winter gehabt, die wir, ich glaube, bis auf eins allesamt verloren haben und auch nicht unbedingt sehr niedrig. Die spielen sehr geschlossen, spielen sehr hoch stehenden, aggressiven Fußball. Ich glaube allerdings, dass Condor so in sich gefestigt ist und auch mit einem Spieler vom FC Türki sich verstärkt haben, der das Spiel durchaus lesen kann. Und ich bin der Meinung, dass das ein ganz klares 3-0 für Condor wird. Dann geht es am Sonntag weiter mit Halstenbeke-Rellingen gegen VfL Pinneberg. Ja, schönes Derby da draußen. Für mich ganz klar wird Halstenbeke-Rellingen sich durchsetzen 3-2. Gute Verteidigung, ein gutes Umschaltspiel nach vorne. Buxtehude-Buchholz 1-2. Letzte Partie des zweiten Spieltags Niendorf gegen Rugenbergen. Da würde ich mal davon absehen, wo Niendorf dann eben halt auch tatsächlich spielt, auf dem Rasenplatz oder auf dem Kunstrasenplatz. Das ist am Anfang der Saison meistens eigentlich eher der Kunstrasenplatz. Von daher liegt, ist das etwas, was der Rugenbergen der Mannschaft denke ich eher liegt, weil sie technisch wirklich herausragende Akteure in sich haben. Man hat das dort sehr gut im Griff von der Spielweise her. 0-2. Das war der X-Tipp Spieltagstipp mit Matthias Schulmacher, ehemaliger Trainer von Meindorf.